Draht ist überall, auch wenn Sie ihn nicht sehen können. Haben Sie das nicht gewusst? Draht steckt in den kleinen Alltagsgegenständen und hinter den großen Innovationen der Zukunft. Aber Draht ist nicht gleich Draht. Es gibt einen, der zusammen mit Ihnen dazu beiträgt, die Welt, in der wir leben, zu verbessern. Sally weiß das gut. Sie hat damit ihre Recyclinganlage in Vancouver effizienter gemacht. Oder Harry, der genau diesen Draht verwendet, um seinen Zinkbetrieb in München umweltfreundlicher zu machen. Beide haben einen Traum, Protagonistin und verantwortungsvolle Unternehmerinnen und Unternehmer zu sein, die der Menschheit dienen und den Planeten schützen. Das Team von Botaro hat nie aufgehört zu träumen. Aus diesem Traum wurde ein Draht, der sich von allen anderen unterscheidet und Technologie, Forschung und eine Vision von ehrlichem und verantwortungsvollem Unternehmen kombiniert und in sich einschließt. Wir investieren in die Produktion von sauberer Energie und wählen nur zertifizierte Rohstoffe. Dieser Draht ist unser Loyalitätspakt, der Menschen und Unternehmen verbindet. Eine italienische Exzellenz, die dank unserer Kunden jeden Tag in die ganze Welt reist. Botaro – World Wire Maker World Wire Maker World Wire Maker